Sehr geehrter Herr von Baumbach, sehr geehrte Frau Mayer-Garlow, sehr geehrter Herr Professor Mayer-Garlow, sehr geehrter Herr Pschor, sehr geehrter Herr Heizmann, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich heute sehr bei Ihnen zu sein und nachher diesen schönen Preis übergeben zu können. Der Mayer-Garlow-Preis für Wirtschaftschemie wird von der Mayer-Garlow-Stiftung für Wirtschaftschemie verliehen und das bereits zum sechsten Mal. Die Stiftung wurde im Jahr 2012 bei der GDCH eingerichtet. Ausgezeichnet werden Preisträgerinnen und Preisträger, die eine aktuelle Innovation der Chemie erfolgreich in den Markt eingeführt haben. Besonders wichtig sind dem Stifter, Professor Erhard Mayer-Garlow, dabei einerseits die Nachhaltigkeit der Innovation, aber andererseits auch, dass die Innovation einen hohen Wert für unsere Gesellschaft hat. Unser diesjähriger Preisträger hat sich um eine Innovation verdient gemacht, die die Lebensqualität der Menschen mit Diabetes erhöht. Wir wissen, eine immer bedeutendere Volkskrankheit und damit das Kriterium des Werts für die Gesellschaft in beispielhafter Weise erfüllt. Wir werden nachher noch mehr zu den Arbeiten von Markus Heizmann hören und ich möchte dem Laudator nachher nicht vorgreifen, sondern möchte die Gelegenheit hier nutzen, auch einige Worte zur GDCH zu sagen, der Gesellschaft Deutscher Chemiker, die die Mayer-Garlow-Stiftung und damit auch den Mayer-Garlow-Preis verwaltet. Der Mayer-Garlow-Preis ist ein relativ junger Preis in einer Gesellschaft mit langer Tradition, denn in diesem Jahr feiert die GDCH das 150-jährige Jubiläum. Sie ist die ältere von zwei Vorläufergesellschaften, der Deutschen Chemischen Gesellschaft, die 1867 in Berlin von August Wilhelm von Hoffmann als ersten Präsidenten gegründet wurde. 20 Jahre später, im Jahre 1887, folgte die zweite Vorläuferorganisation, der Verein Deutscher Chemiker, Chemiker. Dessen Mitgliedszeitschrift war übrigens die heute noch existierende angewandte Chemie. Heute, ich glaube, das kann man mit Fug und Recht sagen, eine der bedeutendsten international renommiertesten Zeitschriften. Während die Deutsche Chemische Gesellschaft vor allen Mitgliedern aus den Universitäten vereinte, waren im Verein Deutscher Chemiker meist Mitarbeiter der chemischen Industrie vertreten. Um das Jahr 1900 entstanden im Verein Deutscher Chemiker die ersten Fachgruppen unter Organisationen, die auch heute für die GDCH eine große Rolle spielen und das Rückgrat für uns sind. Und bereits vor über 100 Jahren, nämlich 1903, wurden wissenschaftliche Auszeichnungen vergeben, etwa die Liebig-Gedenkmünze oder die August Wilhelm von Hoffmann-Gedenkmünze, die auch heute noch verliehen werden. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden beide chemische Gesellschaften in den NS-Bund Deutscher Technik eingegliedert und wie in anderen Organisationen und Universitäten wurden jüdische Mitarbeiter und Wissenschaftler aus ihren Ämtern entlassen. Nach dem Krieg wurden beide Organisationen zunächst 1948 in der britischen Zone und 1949 in gesamt Westdeutschland in der neu gegründeten Gesellschaft Deutscher Chemie überführt. Erster Vorsitzender bzw. Präsident der GDCH war der späteren Nobelpreisträger Karl Ziegler. In der DDR entstand 1951, in Verzeihung 1953 die chemische Gesellschaft der DDR, die sich nach der Wiedervereinigung 1990 auflöste. Die Mehrheit ihrer Mitglieder trat damals in die GDCH ein, die aktuell rund 30.000 Mitglieder hat. Ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre engagiert sich die GDCH auch zunehmend international. Sie ist heute eines der größten und aktivsten Mitglieder der European Association of Chemical and Molecular Science, der europäischen Chemieorganisation, deren mehr als 40 Mitgliedorganisationen mit über 160.000 Chemikerinnen und Chemiker angehören. Die GDCH ist also eine Gesellschaft mit langer Tradition und darauf sind wir auch stolz. Aber wir ruhen uns nicht darauf aus, sondern wir sind immer dabei, Neues zu wagen und Altes zu hinterfragen. Auch wir sind also auf Innovationen angewiesen, die unsere Gesellschaft lebendig halten. Und wir blicken kritisch zurück. Beispielsweise erschien im Jahr 2015 eine Studie Chemiker im Dritten Reich, die der Wissenschaftshistoriker Helmut Mayer im Auftrag der GDCH verfasst hat. Wir sehen uns heute als eine Verantwortungs- und Wertegemeinschaft in der Chemie. Alle Mitglieder bekennen sich zum Verhaltenskodex der GDCH. Darin verpflichten wir uns für Freiheit, Toleranz und Wahrhaftigkeit in der Wissenschaft einzutreten. Insbesondere das Ansehen der Chemie sowie chemisches Wissen und Können zu wahren und zu mehren ist von großer Bedeutung. Wir sind uns bewusst, dass wir Naturwissenschaftler in besonderem Maße Verantwortung haben für die Auswirkungen unseres Tuns. Wir handeln im Bewusstsein unserer Verantwortung gegenüber künftigen Generationen und stellen uns gegen den Missbrauch der Chemie, zum Beispiel in der Herstellung von Chemiewaffen und Suchtmitteln. Bei der Erarbeitung, Anwendung und Verbreitung von chemischen Wissen sind wir der Wahrheit verpflichtet und bedienen uns keiner unlautere Methoden. Was kann die Chemie für unser Leben leisten? Welche Verantwortung tragen wir Chemikerinnen und Chemiker für unsere Zukunft? Was müssen wir tun und was dürfen wir nicht tun, damit es zukünftigen Generationen nicht schlechter geht als uns? Das sind die Fragen, denen wir Chemiker uns immer wieder stellen müssen. Und zwar nicht nur die GDCH als Verein, sondern auch jeder Einzelne von uns, egal ob Mitglied der GDCH, egal ob in der Industrie, an der Hochschule oder im öffentlichen Dienst. Dabei legen wir als GDCH Wert darauf, nicht nur unter uns Chemikern zu diskutieren, sondern offen zu sein für Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und vor allem den Medien. Die Medien sind uns ein wichtiger Diskussionspartner. Intensiv haben wir das etwa vor zwei Monaten getan bei unserem Jubiläumskongress in Berlin, dem Wissenschaftsforum Chemie. Dort haben wir verschiedene Formate angeboten, von Gesprächsrunden, in denen Schüler mit Nobelpreisträgern diskutiert haben, dem Chemistry Slam für Jugendliche bis zu dem Symposium Wertedenken in der Chemie und dem Innovationsmarathon Chemiewende, in dem verschiedene Teams eine ganze Nacht 24 Stunden Projektideen diskutiert haben. Auch Innovation und hier komme ich zurück auf den Anlass dieser Feierstunde, müssen natürlich kritisch hinterfragt werden. Ihre Folgen für den Einzelnen und die Gesellschaft müssen sorgfältig abgewogen werden. Um Innovationen, die der Gesellschaft Nutzen bringen, voranzutreiben, brauchen wir verschiedene Talente, sowohl die Spezialisten als auch die Generalisten. Wir brauchen interdisziplinäre, internationale und interkulturelle Kooperationen. Denn es gibt meistens dann ein gutes Ergebnis, wenn Menschen mit ihren unterschiedlichen Kenntnissen, Talenten und Schwerpunkten sich zusammentun und ein Projekt von den verschiedensten Seiten bearbeiten. Die GDCH verwaltet nicht nur die Maya-Galos-Stiftung, die den heutigen Preis vergibt, sondern hat auch rund 30.000 Expertinnen und Experten, die mit ihrem Wissen und ihrer Expertise zur Lösung der globalen Projekte beitragen können und wollen. In diesem Sinne engagieren wir uns gerne dabei, Innovationen wie die, über die wir gleich mehr erfahren werden, aus den Chemielaboren in die Gesellschaft zu bringen. Herzlichen Dank.